Süßes ist das bei den Seepferdchen das erste Mal ist das was du sagst. Die Quallen funktionieren eigentlich genauso gegensätzlich zu den Seepferdchen. Die könnten mich dashen. Mal vorne dashen. Arme Segel, ja jetzt gehts los. Vergucken. Jetzt gehts hier auch noch weiter. Ich glaub da unten ist der Stein verschwunden, kann das sein? Da ist noch ein Steinchen. Nummeracing nicht. Die Seepferdchen. Ui Komplettes Korallenriff verschwunden Okay, ich darf die nicht haben, wenn die sich verstecken, sonst betäube ich die nur Oh, die sind ein bisschen ätzend ey Ich kann ja mal entscheiden, welche Richtung du läufst Na Wie viele gibt's denn hier vorne? Pitchpatchpuff Für meinen Gespann gibt's hier viel zu viele Wege Oh Jetzt, jetzt Geht doch ey Da ist zu Okay, jetzt sind wir wieder hier am Anfang Da ist zu Ich räume hier nur ein bisschen den Meeresboden auf, damit man hier überall äh Mal ein bisschen besser klarkommt Ja, voll die Niederkrepp ey Von da oben sind wir gekommen Da geht es weiter Von da oben sind wir gekommen Gernot Und Gernot 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 Besser reinge der Mörderns. Oh! Hey, wir befreien mal wieder was. Schwabbelts, ja. Arc befreit deine Mähungfrau. Aha, die nächste Studentin. Ja, guck mal, die Segel sind hartnäckig, die kommen wir mal wieder. Aha. Da scheint es zur nächsten Insel zu gehen. Tja. Das scheint auch nur der einzige Weg sein zu sein bisher. Uferriff von Rockbird. Das ist ein Schuss. Ach, noch einer. Arkt befreit deine Meerjungfrau. Hups. Hoffentlich wollt die nicht ihren Inhalt von der Schatztruhe haben. Die wollten bestimmt was darüber erklären zu der Meerjungfrau und Drede. Ah, Vogel. 60 Jouwelen. Chok, 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 chok. Alles schießt hier. Aua. So. Haha. Arschlauchfisch. Und jetzt? Da, guckst du blöd, wa? Oh, ich muss gleich Heilkräuter nehmen. Bisschen inflektionär mit unserer Gesundheit umgegangen. Na. Okay. Hat sich erledigt mit den Heilkräutern. Perfektes Timing, würd ich sagen. Fast wie geplant. Hör mal. Hör mal. Ist es denn? Ah ja. Wollte Fisch erwischen. Mist. Wollte Fisch erwischen. Wird so schön. Ja, ich habe das ganze Öko-System. Ne? Ne? Also schon die... Steinbörger. Lassen die ganze Becken austrocknen. Scheißegal. Hier bleibt kein Auge mehr trocken, du. Also... Hör mal. Und jetzt... Hör mal. Hör mal. Wollt du das nicht? wo ist denn die treppe da ist ja die gestein drauf oi 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 level ab immer mehr kassiert haben eine meldung frauen statu der nächste weg ein engelfisch ich habe die kraft den lavaregen zu stoppen ich werde dir helfen wenn du zu mir kommst das riecht nach neuem seelenkompanion aber was steckt da drin perfekt ich bewache diese welt hier dem dies arke erhielt erfahrung möchtest du zum belast auf den meeresboden zurückkehren ja ich werde den weg freimachen lauf nach unten im meer und begebe dich zur vulkaninsel durian ähm so dann waren die zwei tänzer hier mein name ist anna ich bin einer der königlichen tänzer so dann haben wir die dame rechts im haus bei der schatztruhe hier so die tränen einer mehrgelfrau haben die kraft lava in stein zu verwandeln gebrauche sie auf dem gipfel der vulkaninsel ok ok ich komme gleich zu auch wenn ich dich so aussehe so komme ich genau wie du vom himmel ich werde dich vor der lava beschützen versuche bitte alles leben zu beschützen lass uns zusammen arbeiten damit wir die welt wieder beleben können nun das wesen welches möglich über die lava zu gehen folgt dir von nun an so wenn wir jetzt gucken Seele der magie Seele des lichts Seele des Schildes schon ziemlich viele Fett Verteidigung ey acht ganze Schilde und nur sieben Schwerter ich würde sagen ich würde sagen es ist eigentlich gelb ne aber er sieht schon so aus oder oder was jetzt ja mhm so war es auch schon wieder ne an leuten mhm und dann rücken wir noch mal schnell ein bisschen eben auf der vulkaninsel oder versuchen Chilis Allerdings komme ich immer noch nicht hin Mensch zu der dame hier den platz frei gemacht topokwein arg befreit ein delphin so noch eine monstere habe ich nicht drauf gedrückt so lange bleibt ja das letzte rochen elektro und ein juwelchen ich bewache diese welt Hier, nimm dies. Ark erhielt Erfahrungen. Ne, machen wir gleich. So, dann haben wir aber schon mal den Meeresbogen komplett aufgeräumt wieder. Kurzes Sneak Peek hier auf die Vulkaninsel. Boom. Seht ihr? Guck mal. Da kommen die Felsen, die uns normalerweise im Kopf fallen könnten. Aber da, wo unsere Seele ist, die blockt die ab. Wobei die Flammen sollen immer noch Schaden machen, glaube ich. Ark befreit, Lue, den Delfin. Hey, zu Hilfe. Und wie wir wissen, von Lisa, aus Grass Valley, Lue ist auch ein Haustier von Dr. Leo gewesen. Er hat wahrscheinlich den dritten Stein bei sich. Aber dann frage ich mich, warum wir ihn jetzt schon befreit haben. Ey, du da oben. Toll. Metallaffe. Können wir auch schon nicht töten, ey. So, ein Bromkack. War halt Cheater. Ja, voll. Ja. Aha, 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 aha. Noch 13. Boom, boom, boom. 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 und die dritte schülerin kann uns gleich noch mehr frauen tanzer gucken geil ich liebe das monster höhen die anderen machen ab arg befreit auf die Meerjungfrau arg erhielt seltsame flasche naja wieder eine verschwindet aber die brauche ich halt nie die sind ja nur für den fall dass man stirbt und dann sein jubel nicht verlieren will also jetzt sind wir noch nie gestorben so ich denke das wird die letzte so jetzt haben wir die erste ebene von dorian gemacht das soll für heute reichen jetzt noch mal schnell die stadt mit allen quatschen und dann ist hier für soulblazer heute feierabend so hier unten war ein Delfin irgendwo hier ist Litosnel da hast du die königin der märgenfrauen gesehen ja nur der Delfin wurde gefangen bitte rette ihn haha die ist nämlich nicht so treu wie die andere Tossi da Lue geht mit mir bringt mir aber nicht so richtig vielleicht darunter komme wie bist du hierher gekommen aber kommt doch hier rüber stell dich auf meine nasen ja aber mit das mache ich gleich da weiß ich mir was passiert ich werde dir den magischen flair geben der magische flair ist gut gegen fliegende monster mit vielen points zu gebrauchen du weißt welche monster ich meine oder ja die meint wahrscheinlich die komische vögelfiecher aber mit denen hatte ich jetzt noch nicht so viele probleme aber ich probiere den trotzdem aus wie teuer ist der auch acht die kraft wird durch den knopfdruck gesammelt wir schwimmen auf dem Delfin wie nett er ist arg erhielt die große perle die große perle eine wunderschöne perle die am korallendriff gefunden wird wurde danke sehr freundlicher Delfin ja bring mich noch tiefer ey das war das so jetzt haben wir noch die dritte Tossi hier mein Name ist Nana ich bin einer der königlichen Tänzer ja dann leg mal los hier ich danke dir sehr deine Schüler sind zurück ich möchte dir gerne unseren Tanz zeigen aber ich glaube es wäre schöner wenn du mitmachst wir fangen auch mit dem einfachsten an los mach mit äh was wo ich jetzt äh wie lang stehe die Richtung der Schlange äh ich danke dir sehr dreimal nachschönen ja wo soll ich denn mitmachen hier ähm jetzt bin ich so in der ähnlichen Lage wie gerade voll mit dem Eichhörnchen ähm äh 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 Ja, toll. Ja, im Takt. Jetzt nicht mehr heute. Ich habe keine Muse für. Da war's. Ist der Name meines Freundes dem Delfin. Okay. Ja, genau so geht es mit dem Video auch, Jackie. Okay, das war nur das. Das, das. Den haben wir auch. Hier oben wohnt noch keiner, ich glaube man haben wir alle, ne? Hier war nur der Engelsfisch. Ja. Guti, guti. Dann gehen wir zum Meister und speichern ab. Ich sag schon mal für YouTube. Schön, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe ihr guckt auch noch weiter und Verbesserungsschläge ja, Vorschläge gerne in die Kommentare wie immer. liken, teilen, abonnieren. Ihr kennt das Spielchen. Ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hier auf Geirges Gaming Blog. Ciao, ciao. Äh, ja, ich brauche kurz weiter. Weil dann kann ich mich hier speichern. Und jetzt hören wir uns mal ganz kurz die Endemusik auch an. Ah, sauber, das ist aufregend. Meine Herren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gerne noch dran. Wie gesagt, jetzt gehe ich gleich mal ins Discord und gucke, was ich mit den anderen beiden spiele. Ähm. Ja. Ist voll cool, dass ihr guckt in den Zuschauen. Finde ich richtig gut. Macht richtig Spaß. Ähm. Ich hoffe, es gefällt euch auch noch so gut. Und ich mache jetzt eine ganz kurze Pause. Beziehungsweise ich gehe jetzt erstmal rüber in den Pausebildschirm. Das ist welcher Knopf? Ja. 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 Ja.